Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem kleinen, süßen Case-Opening von unseren guten Overwatch-Lootboxen. So, ich habe wieder fünf gesammelt und ich denke, es wird dann Zeit, dass wir etwas aufmachen und diesmal ordentlich abräumen, Freunde. Ich glaube fest daran. Ja, okay. Fünf Stück haben wir. Wünscht mir Glück. Ich komme gerade aus dem Match. Level 17 bin ich jetzt. Und ja, los kann es gehen. Was blaues? Mhm, mhm. Schauen wir denn hier. Ein Winston-Spruch. Ja, der ist witzig. Dann einmal Reaper. Mhm. Und Reinerd. Okay. Auch nicht schlecht unten. Coolen Lucius Prey. Können wir auch mal ausrüsten. Sehr schön. Ja. Wunderbar. Dann die nächste. Legendary! Oh mein Gott! Komm schon, Skin! Bitte! Oh. Natürlich eine der hässlichsten Skins ever. Ach Gott, Feuer. Immerhin ein Widowmaker-Skin. Wow, ist der. Ich finde den so fürchterlich, ne? Ganz fürchterlich finde ich den. Naja. Okay. Ne, war trotzdem. Und dead. Widowmaker. Ah ja. Man kann's Höschen sehen. Immerhin. Oh, und einen schönen Spray. Der ist wirklich cool. Der ist sehr cool. Der ist wirklich sehr schön, ja. Und noch ein Reneux-Rose. Für alle. Okay. Und ein Roadhog. Sehr schön. Sehr schön. Ja, okay. Ein bisschen Glück hat man ja immerhin schon. Ich, äh, ja. Ist okay. Nochmal ein Blast, was im Blast los ist. Okay. Mhm. Coins. Ah! Ah! Die Sachen, die man doppelt kriegt, kriegt man also dann in Coins umgewandelt. Interessant, interessant. Ist so bereits ausgerüstet, oder nicht? Hm. Egal. Gut. Ein Symmetra-Spray. Den nehmen wir auf jeden Fall. Amazing. Okay. Und was ist das? Ach, ein Icon. Für hier oben. Interessant, aber nein. Ich bin Mercy-Fan und bleib bei Mercy. Tut mir leid, Winston. Aber Mercy. Nope. Nope. Okay. So, jetzt mal ein Däumchen drücken. Los, Leute. Schaden, nur blau. Zwei blauer dafür. Immerhin. Was haben wir hier? Ein Skin. Okay. Blau. Aha. Aha. Ist okay. Ich bin zwar Hans-Honey, aber... Naja, was ist das? Ah, der Russin. Das ist verrückt, aber gut. Ja. Der ist cooler. Der ist, der ist, der ist sehr viel cooler. Giant Craft benutze ich sehr oft. Also von daher, der Spray kommt gut. Läuft. So, dann. Letzte Lootbox. Komm schon. Ach, schade. Naja. Immerhin ein Skin, den ich sogar benutzen könnte. Auf Patrouillenflug. Äh. Was ist das? Vivis Adventure? The Hell? Respect me. Oh Mann. Und das ist Genji. Klar. Zack. Oh, ja. Okay. Schade. Da war jetzt nicht so viel Krasses dabei, aber immerhin. Ein Skin. Ähm. Hell in Gallery. Ja. Wir hatten, äh... Widowmaker. Oh Mann. Gibt's eigentlich einen wirklich schönen Skin? Ach so, den von der, ähm, Dingens Edition. Aber den gibt's ja nur zum Kaufen. Also für die, die Edition, die, äh, für die Origins Edition. Genau, da ist es, glaube ich. Bei denen würde ich auf jeden Fall dann nutzen, weil der ist nämlich echt saukool. Äh, Gott. Die sind fürchterlich, ehrlich. Da würde ich die guten Farben eher nehmen. Wow. Der, der ist noch cool von den Standarddingern. Ist ja noch mit einem coolsten. Ja. Okay. Naja. Immerhin. Sprays. Äh. Ah ja, genau. Da hatte ich auch schon einige coole Garten. Aber der ist der beste von allen. Ähm. Junkrat hatte ich jetzt... Habe ich mit Winston eigentlich einen Spray? Spray. Spray. Nee, nach gar keinem guten. Schade. Dann nehmen wir doch mal hier den, äh... Respekt, baby. Läuft. Pff. Meine Banane. Ich find den super. Find ich echt klasse. Äh, so du. Du kriegst, äh, du hast schon voll mega viel gekriegt eigentlich. Und dich nutze ich irgendwie nie. Ich weiß gar nicht warum. Weil irgendwie komm ich mit ihm nicht ganz so klar. Ist nicht so ganz mein Ding. Jo. Farrah. Ich hab dich auch wieder da. Wunderbar. Bla 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 bla. Okay. Wunderbar. Kurz, aber knackig, würde ich sagen, ne? Wärts euch gefallen, lasst ein Däumchen da. Ich spiel fleißig weiter. Und bei den nächsten fünf Kisten sehen wir uns wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.